Hallo, das ist Portier, Uwe Lagardeau mit der Mademoiselle Gildemeister. Ne, Apotheke? Komponente? Du bist wie Englisch? Ne? Was denn? Sprecher Hollands? Oh, hola, hola, liegst du ehrlich? Hä? Was? Sag mal, wie geht's dir denn mit dem Gehör, du? Bist du schwerjährig oder hast du überhaupt keine Muttersprache, hä? Doch. Hamburgisch. Mensch. Ich bin die Werte der Hamburger, ne? Münchenskind, Hummel, Hummel, Moas, Margarine, du. Was? Du bist mein Landsmann, warum hast du das nicht gleich gesagt? Tja, ich wusste doch nicht, was sie sagten, ne? Französisch und Englisch. Und dann kam zum Schluss was Unverständliches. Sag mal, wie dumm bist du eigentlich, du? Du kannst deine eigene Muttersprache nicht mehr. Also, du bring mich mal hin zu meiner Schwester, das ist von der Gildemeister, die singt hier bei euch die schöne Helena. Oh, kommen Sie her, ich bring Sie schon her.